Moin Leute, Muitzi hier. Heute habe ich mal keine Season 20 News für euch, sondern ein ziemlich geiles Gameplay mit Bangalore. Ich denke, dass es in den nächsten Tagen zwar immer mal wieder ein paar neue News geben wird, aber heute ist das leider nicht der Fall. Wie dem auch sei, habe ich heute mal wieder ein 20 Bomb Gameplay für euch, denn es gibt keinen besseren Zeitpunkt als gerade, um 20 Bombs zu machen. Denn es gibt immer noch kein richtiges Matchmaking mehr und die meisten sehr guten Spieler spielen entweder Tree Strikes, um Kills zu farmen oder sind jetzt zum Ende der Season dauerhaft in Ranked unterwegs, um noch Predator zu werden bzw. es zu halten. Wenn ihr also auch gerne noch die ein oder andere 20 Bomb hättet, dann ist jetzt auf jeden Fall der beste Zeitpunkt, um es mal zu probieren. Wie auch immer, kommen wir jetzt, ohne noch großartig zu labern, auch direkt schon zum Gameplay, also macht's gut und viel Spaß damit. Ich bin ein Heiko wirklich geier auf das Schild statt auf die Waffe, ich Idiot. So los, Alter. Oh Gott. Ey, hinter mir! Okay, der hat keine Waffe, alles gut. Nein, ich bin tot. Junge! Hallo, da findest du mich. Tim hat aber auch einfach mal den Falschen gecut, ne, das sei das. Ja, Philipp verloren, du musst ihn hier mit auch drücken, ne? Nein, ich bin tot, Hilfe, hier unten. Hab ich! No body switch. Hier oben sind auch 10 Gegner. Und mir eine Conduit, los. Geh weg da, Philipp, ich muss sie hin. Ich lass sie da rein, pushe. Ich muss jetzt hier hin, Tim, du muss ich auch hier hin, ich hab ein Medkit. Oder where is he hin? Mach irgendwas. Oh Gott, hab ich. Ich hab gebody geswitcht, Idiot. Links dauernd, ich muss übrigens body switchen die ganze Zeit. Stopp, warte, der ist rechts, nicht, nicht schießen. Ist wo denn? Hinter mir. Der push, der push. Ich tank, ich tank. Digga. Der purple ist cracked. Ich muss kurz auf Q warten. Ich push, ich push. Digga, was geht ab? Wieder cracked, Digga. Ich pushe die jetzt. Nein, Digga, die Ulti. Oh, die Gasscheiße. Ich kriege einen Anfall, wirklich. Ja, bitte. Ich gehe hinten hoch. Die Trap da weg. One, down. Ich warte kurz auf Q. Hol ich, hol ich, hol ich. Cut. Push den mal. Cracked. Oh mein Gott, nein, du Idiot. Ich hab gepanigt, gepannt, ich hab mich mal geschossen, aber geschlagen. So eine Scheiße. Acht Kills, wir müssen weiter. Digga, das ist für ein Krampf. Ich hab acht Kills hier unten drin gemacht. Acht Kills, ich hab auch wollt. Ich brauch nur Muni, ich hab keine Energy und wenig leichter. Ich mach direkt hier, neun. Ich feine aber da. Hier, Schilde. Wirst du nicht leid? Egal, scheiß drauf, laden wir uns jetzt. Gehen Zeit. Ich brauch 50, ich hab 50 leichter. Da hab ich groß. Ja, ja. Hier. Hol ich, hol ich, one. Noch ein Full Blue. Zwei, zwei. Ich hab jetzt zuerst mehr genug Leichter. Er hat nur Grau. Warte. Ich komme. Mit an mir. Wo ist der letzte? Hilfe! Oh, er schießt nur auf mich, der kleine Pisser, Alter. Wie unlucky kann es laufen, wirklich. Unlucky, Alter, wirklich. Dass er nur auf mich schießt, Junge. Du springst da rein, jetzt gibt's keinen Morgen. Und jetzt fokuss ich mich. Hint der rechts? Hast du noch leichter? Ne, ne. Ich hol den. Ja, der ist Craig. Da ist auch Craig. Hol noch einen. Ja, ey. Wo ist der letzte? Der letzte Sniped von da. Ja, ich hol den. Hör mal jetzt hier auf mich. Komm. Ey, ist alles. Digga. Mach direkt den nächsten E-Vec. Die nächsten E-Vec. 13 Kills. Sieben brauche ich noch. Und zudem noch drei, elf Gegner. Philipp, zuerst. Dann lass noch mal. Richtung Zone, ja. Oder Richtung Zeto. Irgendwie, ja, wir müssen ja. Ja, scheiße. Oh Gott. Oh, Alter. Gegner. Sag, habt ihr irgendein Visier? Was habt ihr für Visier? Ich hab nur 1, 2er. Äh, also Digi. Ist das 3er? Ja. Ich hab nur 1, 2er hier. Digi nehme ich auch. Sonst, wenn du willst. Wenn du es nicht willst. Ich hab ein, ich hab Ult, ne? Ja, Let's go, let's go. Direkt. Ich laufe an dein Leben, Tim. Ah, Papi. Ah, Papi. Was ist denn Kaskaden, wenn nichts ist? Ist das nicht Scant? Das will ich nicht. Nee. Komm schon, Digga. Ja. Big. 3er Scope jetzt auch Big, sag ich. Ich nicht komplett verehme. Guck mal, Digga. Zeigt euch. Den hole ich. Der hat einer B. Hab ich. Von rechts. Cuehst du mich, Tim? Das ist ein anderes Team, glaub ich. Watson Crack hat nur Grau. 3 Leute da. Noch einer. Watson ist low. Nee, Ash ist low. Ich hol den. Komm schon. Er ist so one, wirklich. Philipp kommt da weg. Hinter mir! Hol den Notfalls. Oder? Wenn ihr nicht müsst, dann lasst. Ich hab nur ein Mad-Kit. Ich hab nur ein Mad-Kit. Ja. Danke. Ich verstehe das nicht, dass ihr abgeht. Hier steht immer noch hier links einer. Vorreisen. Ich mach kurz die Q ab und tu ihn. Ja,ine. One, one, one. Einer P. Oh, Gott, ich hab keinen. Digga. Perfekt. Watson. Er hat Nummer zwei,三. Von hinten. Die fighten jetzt Du musst mich instant wieder queuen Hab ich? Queue mich Tim Tim queue mich Warte komm da weg Tim Ich hol den letzten hier Oh mein Gott Ich muss sieh'n man 16 Kills ne? 4 WTF Komm wie geht's ja Ich muss sieh'n mich voll lieber Ja mach 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 Bei mir, bei dir genau mal hier Versucht einfach wie gesagt es passiert keinem mehr zu killen jetzt Ja warte ich hab'n enge Oh Gott Hol'n Ein HP da will ist wie lebt der Ja da ist ja einer Oh Gott Wo ist noch einer Ich push den Hol' ich Craver nach Floss, Alter Hier, letzter und me Ah Bitte Nein Ich hol' den Ich hol' den Oh mein Gott Alle knock, hä? Drei Leute hab' ich grad genockt Ich muss mich hielen Mann Ich hab' aber nur Spritzen Der Matkit oder Tim Trops schnell entsteht Wieso hab' ich eigentlich nur Nimm du das Hier 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 muss noch einer liegen von mir ne Einer muss noch liegen Oder haben die Dinger West Die müssen den West Lass' den Evac benutzen Schnell Tim Da ist weg gleich Ich muss noch Spritzen Nein Oh mein Gott Ich hab' ich geschafft Aber das andere Das letzte Team ist auch nie weg Oh Gott sind hier getroffen Ich hoffe das sind wenigstens zwei Leute Ja, ne Ich brauch' zwei Kills Würd' ich nehmen, ja Hier Ich hab' drei Bets Oh mein Gott, die sind hier Ja Ich hab' den Ballistik echt wieder gerestet, man Hätten wir den mal gefinisht, man Ich hab' überhaupt die Energy Ich werd' jetzt erstmal Ich werd' jetzt versuchen, möglichst safe zu spielen Weil das ist das letzte Team Kein Stress Vielleicht auch erst mein Sohn Ich weiß es nicht Ich hab' nur eine Waffe, ne Ich guck' hier, dass ich hier Ja Verliss' den Glow Down Ich hab' meine Car getroppt Nice Das ist nur noch der eine Der ist one, der ist one, der ist one Oh, der ist ein AP Wird doch stehen, Digga Wo ist er? Ja Ja, let's go Alter Glück gehabt, grad so gereicht, alter Grad so 20 Hattet ihr einen Kill überhaupt? Ich hatte zwei Ja, moin Ja, ihr hattet beide zwei sogar Nice, let's go